Ist das Video losgegangen? Was geht ab Leute? Ich bin gerade Tagesstart. Ich bin uns vom Server getrennt. Ja, so ist das Leben. Und zwar habe ich ja gerade gesagt eigentlich, dass wir uns da treffen wieder. Aber da hat irgendwie der Server ein Problem hatte, bin ich da wieder rausgeschmissen worden. Kann auch an dem Aufnahmeprogramm liegen, dass es mit dem Aufnahmeprogramm immer so eine Sache ist. Jetzt gehe ich da wieder rein. Wie ihr im letzten Video gesehen habt beim Update, haben die ja irgendwas Neues rausgebracht. Und hier geht es dann auch weiter. Äh, Fortnite kommt dann am 13. Tag. Wir haben heute den 12. Und... Ja... Jetzt müssen wir da erstmal wieder rein. Beim Navigator... World Games... City... Lifebot City... Ich habe das City Jobs genannt, weil man da irgendwie Jobs machen muss. Und dann kann man sich irgendwie... Ja... Ein Tier holen oder so. Keine Ahnung. Ein Hund. Also ein Haustier. Was auch schön ist, dass da alles so in Englisch steht. Das meiste ist ja eigentlich auf Deutsch, aber dann... So wieder, ne? Wenn ihr übrigens Neues seid, könnt ihr gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Und auf die Glocke drücken, damit ihr nichts verpassen tut. Äh, verpassen tut. Verliert. Ja, moin. So. Hier... So standen wir hier. Ich habe extra vorhin... Ey, das... Gestern habe ich das Video aufgenommen, wo ich hier stand. Und dann habe ich extra... Bin dein Bruder. Auf jeden Fall sind wir hier auf dem deutschen Server. Hier ist irgendeiner. Der... Der... Postmann. Ja, moin. Okay, wir gucken mal, wie das Ganze jetzt hier klappt. So. Wie man hier... Nein, habe keine Schwerter. Ich will dein Bruder sein. Will mich jemand als Bruder in Familie. Junge, Alter, das läuft hier richtig in der City. Gerade das erst... Oh, Alter, was ist das? Food Truck. Ja, moin. Kann man hier mit Arme... Ah. Ein Coin. Bucket Potato. Aber man steht hier also und dann... Da hab ich mir schon eins gekauft. Man hat gar nicht das... Food Truck. Läuft... Alter, das kostet zwei Coins. Da hab ich nur noch neun Stück. Das können wir jetzt nicht mehr nehmen. So, wo kann man jetzt arbeiten? Ja, aber ich guck grad, wo man arbeiten kann. Hier ist das... Hier ist der... Erste gelbe Punkt. Bin ich da überhaupt? Wo bin ich? Das bin ich ja. Nein, guck doch mal. Da ist der gelbe Punkt. Trader. All drei Traders on the map have different prices. Buy at a low princess from Traders. Set high price and another price to charge Arie from smaller price. Sechs Coins. Das ist genau... Neun hab ich. Ja. Drei Coins. Wir holen uns erstmal das Billigste. Habe ich jetzt gemacht? Und jetzt? Geht ja auch nicht. Also soll ich vielleicht das ja drüben? Was muss man hier machen? Gehen wir in die Wohnung. Also... Es haben welche hier Wohnungen? Schön zu wissen. Also ich war jetzt hier. Schreibt ich. Achso. Die sollen ich schreiben. Hier sind welche auch... Da. Nein, nein. Ein richtiger Bus. Sei leise. Das ist ein richtiger Bus. Wie kommt man hier rein? Ja. Ja. Right for the Bus. Komplett. Stopp. Polei. 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 Soll ich Polizei sein? Oder... Ne. Ich will eigentlich Postbote. Also das mit dem Bus ist eine krasse Sache hier. Hechter. Soll ich sie sein? нож municipality. Tap. Tap, wo получится. unde wirklichkilöse. Topp, wo ein polisein? Da. Tap to become a poliseofe. You.. Ua Kot-na. Lilsprung, wobei 3 Kahrolo. Da. ở investors. Dafür. Bring them back. Und du kriegst geldson. und die Klicke I marked the last now location of the criminals on your map Riff an X mit ein X use the book in your inventory to read this job wie kann man außensicht nochmal machen Leute seht ihr da um? ich hab ne Mütze warum schreibt er einer Mama? Du brauchst jetzt die Karte, ne? hier sind wir, Leute ich bin Polizei ja das, ich kann auch so erstmal machen so, okay und damit würde ich die Acken legen wir jetzt mit dem Video los ich bin jetzt übrigens das Gaming Play hab ich mit ein X markiert ja man gut dürfen wir uns hier ein Auto gönnen weil ich ja schnell sein muss haben sie aber auch nicht benannt hier kommt gar kein Ton liegt das, weil ich meinen Ton aus hab oder die haben einfach keinen Ton reingepackt wartet mal Leute ich mach mal kurz jemanden ich glaub das liegt weil ich die Musik ausgeschalten hab Audio mach ich das mal so auf 50 schau ich 50 nö, das ist wirklich so, dann öffne ich mir meine Karte also Leute wenn ihr mehrere folgen also wir werden hier auf jeden Fall richtig viel spielen X, wo bin ich da? Polizei ich bin grad irgendwo rübergefahren hier rein, ne das einzige was ich mach ich feier das mit dem Bus achso hier ist auch ein Einbruch Knast Knast oder? so 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 wo lang? hier lang? ja ich steig jetzt erstmal aus park hier mein achso das ging mit absetzen einmal so Ihr Brückes will be rented in 60 Sekunden wo muss ich rein? hier hier steht doch nein, da steht doch wo nicht da alle zu Hallo, was machst du denn? ich lauf grad in dem Weg hier warte und muss irgendein Weg sein, Leute wir arbeiten als Polizist einfach mal hier, Leute seid ja, äh ihr seid alle auch doof, ne? die resetten nach 60 Sekunden oder kommt der mir hinterher? nee hier geht rein Junge, weißt du, was ich jetzt mach? blank die ganze Zeit geradeaus also, Leute ich glaub, hier werden wir viele Videos aufnehmen wir müssen wie ein richtiger Polizist sein das mit dem Spiegel verkehrt ist voll ich muss jetzt richtig still sein wie nimmt man den? boah, Zeit komm nicht rüber der konnte hier rüberspringen jetzt ist er wieder da jetzt ist er wieder da okay okay I'm under arrest I will follow you back to the police station ich hab mich festgenommen ach, die stehen gekennzeichnet da okay, leise jetzt gut, mein Fahrrad müsste jetzt da vorne noch stehen hier außen war das, ne? ich hab die ganze Zeit jetzt geht die Musik wieder los, Leute ja das geht nicht so so hier ist die Polizeistation die sind ja zwei auf einen Haufen die bewegen sich ja die ganze Zeit hier haben wir noch einen nee, von da hab ich ihn geholt, ne? so, noch hab ich ne Suppe so so ja, das kommt da nicht irgendwie es hängt sich auf da hat irgendeiner einen Mod benutzt eigentlich die Konsole nee Leute ich weiß nicht, ob ihr das im letzten Video auch bemerkt habt ob ihr mich jetzt überhaupt noch hört, weiß ich auch nicht aber Minecraft leckt irgendwie das war im letzten Video auch beim Update-Test und du guckst so traurig nö, das ja, den, komm Tom Cruise ist wie so cool also, ich nehm noch auf 11 Minuten ja Minecraft hat sich aufgehangen, Leute ja schade, Leute schade, Leute das wir reden da die in da ja ich ja ja schade das das Vielen Dank.